Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, eine gefährliche Weise anzunehmen bei Xandria in der Bastion Elysische Feste auf der Ebene Archonhöhe an dieser Stelle. Okay, Vorquest war ein erwarteter Besucher, nehmt diese Quest hier noch an und nun darf man sich nach Maldraxxus begeben. Leider kann man hier nicht durch das Portal von Alexandros mitgehen, sondern man muss nach Maldraxxus fliegen oder sich irgendwie hinporten oder hinporten lassen. Ich habe hier bei meinem Pakt schon das Reise-Netzwerk aktiviert, deshalb werde ich mich zu einem bestimmten Punkt porten, weil dann dauert der Flug nicht so lange. Ich hätte den Flug gleich hier starten können, aber ich port mich erst zu Aspirantenrast, dann spare ich mir zumindest diese Flugzeit. Solltet ihr weitere Fragen haben zu Vorquest oder Folgequest, schaut bitte in die Videobeschreibung, da habe ich euch mehrere Videos verlinkt, in denen ich euch komplette Questreihen am Stück zeige. Außerdem habe ich bei den entsprechenden Videos in den Beschreibungen die Zeitpunkte eingetragen, an welchen Stellen ich welche Quests angenommen habe. So könnt ihr direkt zur gesuchten Quest springen, ohne euch lange durchklicken zu müssen. Ich hoffe mal die Videos werden hilfreich sein. Das war schon ein bisschen Aufwand die zu machen. Ich habe ja zum Beispiel Givianer Kampagne Kapitel 5 und 6 am Stück aufgenommen. Und ja nach der Aufnahme muss ich nochmal das Video abspielen, um die ganzen Zeiten einzutragen, an denen ich die Quests angenommen hatte. Ja, ich befinde mich hier schon auf dem Flug. Ich habe übrigens auch eine Facebook-Seite, Link dazu findet ihr in meinem YouTube-Kanal-Banner. Ja, ich habe schon so Fragen bekommen, von wegen Facebook ist doch total verhaltet und uncool. Wäre nicht Twitter oder wie heißt das andere, weiß ich gar nicht mehr, irgendwas anderes noch moderner. Ja, es geht mir nicht darum, was modern ist oder was angesagt ist oder absolut in ist, sondern ich will euch auf meiner Facebook-Seite bloß ein bisschen auf dem Laufenden halten. Egal ob es jetzt alt, neu, mittel ist, wie auch immer. Es wäre übrigens ziemlich cool, wenn ihr euren Adblocker deaktiviert, wenn ihr Bock habt meine Videos anzuschauen, also am besten noch, bevor ihr die Videos anklickt, das würde mir ziemlich viel helfen, denn ich bekomme so Werbeeinnahmen und es ist zwar nicht viel, aber es sammelt sich halt was an und zum Beispiel dieses Video ist schon aufgenommen mit einem neuen Mikrofon, das Ganze besteht nicht mehr einfach aus nur einem Mikrofon, sondern so ein Mikrofonarm, ein Mikrofon, eine Spinne, falls ihr euch was darunter vorstellen könnt, dann gibt es noch ein Audio-Interface und es besteht aus mehreren Teilen. Ich hoffe, die Qualität ist merkbar, falls nicht, ist es auch nicht so wichtig. Ich fühle mich einfach damit besser, denn es sieht jetzt wesentlich professioneller aus. Aber okay. So. Quest ist abzugeben bei Xandria in Maldraxxus an dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen, falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Weiterhin wünsche ich euch noch einen schönen Tag ohne Bugs und viel Erfolg. Ok. It's ok. And eh… Bye.